Moin moin meine Freunde, heute Oldschool Truppen am Start. Wockets sind dabei, Pekka sind dabei, die Bücher, naja, keine Swappies leider. Wir müssen 10 bis 11 schaffen, dann sind wir stabil dabei. Wir gehen rein, viel Spaß. Ich muss 17 schaffen, ich muss 17 schaffen. Mit Oldschool Setup bist du immer eigentlich stark. Mit Oldschool Setup sind wir gut. Normal. Wir gehen rein. Wir müssen einfach Glück haben, viele Pekka direkt, dicke Pekka Refills bekommen. Auch auf Bremsen gehen, weil heute keine Mauern sind. Wir könnten eine Bomber spielen. Ein Bomber spielen oder was? Und dann, äh, oder das Charge Buch. Okay, dann machen wir das dann. Kommen wir dann darauf und ein gutes Buch. Äh, jetzt, ja, Barbarn. Ja, Barbarn, ja. Die, äh, Goblins 10 loswerden. Das geht aber. Vielleicht müssen wir in der G-Stage schon mit einer Rocket oder so arbeiten. Vielleicht müssen wir in der G-Stage schon mit einer Rocket oder so arbeiten. Geht keine Rocket gespielt, gibt's nicht. Na gut, wie sieht nichts aus, wir brauchen den Prinz hin. Ja. Oder? Ja. Ja. Oh, ist gerade ein Prinz gestorben? Passt. Das, das hat mir schon eine Todkriege. Und jetzt mit dem Prinz in der zweiten. Ne. Pekka. Ehm, ein Bomber. Ja, auf jeden Fall. Der Prinz ist sonst abgegut wastet. Ja. Ne Rocket. Ich meine, ein Prinz links ist der eine, der gestorben wäre. Bei so viel schmackhaft gewesen. So gut wie das Spiel ist. Gibt ja nichts. Vielleicht die Goblins. Ne. Die werden sowas von der nächsten Stage machen. Ne. Bomber. Bomber sind eigentlich ganz nice, wenn die noch einkaufen. Die connecten, da kommt jetzt noch einer. Ne. Ne. Barbaren oder Goblins? Äh. Barbaren würde ich sagen. Den werden wir einzuspielen. Oder den Barbaren spielen. Warte. Ja, machen wir einfach. Ein bisschen was stirbt, glaube ich. Ja, der Vemba, der Goblin. Pekka. Zwei Goblins. Ja, passt doch. Dann können wir noch Goblins raushauen. Ja. Dann haben wir jetzt nochmal zwei Goblins nachbekommen. Also ich könnte alle fünf Goblins raushauen. Dann sind wir eigentlich durch. Hoffentlich. Glaubst du? Wir machen ab. Warte, dann können wir jetzt gleich. Zwei können wir jetzt klauen. NND, dann sind die Pekka connected. Hätte ich auch gerackt. Rocks hätte ich genommen. Ja. Ja. Dann war ich doch für die Talon irgendwie hin. Ist doch gut, ja. Vielleicht kommen drei Ababs oder so. Bin bei unserem Glück. Ja, komm schon. Wasch. Ja. Goblins raus. Ja. Diesen Schmutz. Uh, fünf Pekka. Ja, fünf Pekka. Fünf Pekka. Hm. Und die fünf Pekka sind schon wichtiger, dass wir die behalten. Tausend sogar zwei Pekka machen. Ja, ich gar nicht. Dann könnten wir durch sein. Ja, oder erstmal den Bomber. Ja, Schmutz. Ja, die Refills waren halt eh kacke. Ja, die haben nur noch zehn Rockets. Das ist ganz gut. Ja, neuner Prinzen ist auch nicht viel. Viel besser. Ketten, die nicht kommen können. Mhm. Wir können auch eigentlich nichts ändern. Dann können wir es besser machen jetzt. Ne. Gucken wir mal, was rauskommt. Ja. Nix kommt da raus. Doch, Prinzen. Und vielleicht können wir einen waschen. Du wasch die zwei Prinzen. Ja. Und was ist das für ein Schmutz-Refill? Drei, drei Prinzen. Ja, ja, ja. Damit kann man halt nichts machen. Ich hab jetzt so eine siebener Goblin-Kombi oder so gedacht. Zehner-Prinzen, das ist gut. Und die Kreis ist noch. Also der Mord hat jetzt da noch das Leben gehabt. Der ist malig gewesen. Hm, 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 hm. Was? Ja. Aber wir kriegen auch noch einen Refill. Also können wir auch mit dem Refill beenden. Ja, super, Alter. Ja, wir gehen jetzt rein und kriegen jetzt Goblins. Oder eine siebener Roboter. Oder nochmal Pekka. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, immer wenn wir nicht connected haben wollen. Dann drei Rockets, einen Grashtacker. Ja. Ist nicht so geil, aber dafür haben wir jetzt... Pekka macht keinen Sinn. Shit, Alter. Also wir können besser gehen. Zehn ist jetzt nicht geteilt. Ganz geil. Goblins zum Finischen? Mhm. Ja, Ryan. Ich glaube aber fast, dass wir einen Goblin rushen müssen. Was willst du rushen? Ich würde hier drauf... Und wenn da Barbaren rauskommen, kannst du die besser nehmen, als jetzt einen kompletten Goblin-Overkill zu spielen. Hä? Oh. Ach, das war ein Goldlager, ne? Ja, ja. Ja, ist immer noch auf Wackeln. Ups. Ja, jetzt schmutz. Jetzt können wir nicht mal die nehmen. Jetzt müssen wir Babs nehmen. Ja. Und dann... Immerhin connected. Immerhin connected. Ja, ist okay. Und jetzt müssen wir schon unseren Clan vollenden die Goblins zu saiten. Ja, jetzt müssen wir auch komplett zu nehmen, leider. Ja. Ja, auf jeden Fall kannst du die zwei 2-6er und die zwei Magier-Team blocken. Und dann sollten wir vielleicht durch sein. Das tut weh. Und wir sind schon weiter wie ich. Wir kommen an der Stage, wo ich zweimal gestaltet habe. Ist aber okay. Oh, wir haben nächstes Stage nicht angeguckt. Drei Rockets kriegen wir jetzt. Oder einen Feuerball. Okay. Ich würd einen Feuerball nehmen. So, was kriegen wir denn? Prinzen stehen scheiße. Bei Rockets sind nochmal 6.000 Schaden und sind zwischen über 20.000 Damage. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das sieht nicht viel aus. Drei Sechser, Rocketen. Genau. Ist besser, wenn du ihn jetzt trust. Schade. Also vom Schaden her müssen wir so eine Kommission zu tun. Ja, ich glaub, diese 9.000 noch was passt wohl. Aber ne, ist doch okay. Ist doch okay. Elf ist ein guter Mann gewesen. Ja, ist auf jeden Fall. Schöner wäre genau das gewesen. Aber egal, Elf ist sehr nice. Ja. Ich hab zweimal versucht heute. Ich hab zweimal nur 10 geschafft. Damit hast du dir auch schon jetzt wieder den ersten Platz gesaved. Ja, Mann. Einfach für der Erste. Digga, wir sind Erster ohne Token. Was gibt's denn geileres? Hätten wir nochmal 2 Rockets mehr gehabt, hätt's gereicht. So, schade. Ja, meine Freunde. Wir sind Erster. Richtig geiler One. Damit werden wir wohl diese Woche aufsteigen, wenn's so weitergeht. Wir sehen uns morgen auch dran, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy. Musik 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 Musik